Hey! Vorsicht! Sorry! Oh! Oh nein! Achtung da unten! Wow! Ein tanzender Koffer! Wie sag ich immer? Ballett rettet den Tag! Du meine Güte! Ich danke dir! Ich sollte dir danken. Ich kann gar nicht genug üben. Wow! Ich wünschte, ich hätte zwei Hände mehr, um jetzt klatschen zu können. Danke. Oh nein! Ich pack erst mal aus. Ja, ich auch. Toll, dass wir beide uns getroffen haben. Ähm, ich glaube, das ist mein Zimmer. Ähm, da steht doch aber mein Name dran. Ich bin Barbie. Aber ich bin auch Barbie. Wie ist dein Nachname? Roberts. Wir haben denselben Namen? Wir heißen beide Barbie Roberts? Ich habe noch nie zuvor ein anderes Mädchen getroffen, das auch Barbie heißt. Ich auch nicht. Schon gar nicht Barbie Roberts. Total verrückt, oder? Das muss kosmische Fügung sein. Ist es nicht komisch, wenn wir uns beide Barbie nennen? In Brooklyn bin ich immer die einzige Barbie gewesen. Bin ich auch. In Malibu meine ich. Wieso nennst du mich nicht einfach Brooklyn? Das macht vieles einfacher. Und du nennst mich dann Malibu. Perfekt. Gefällt mir. Mir auch. Check. Ich liebe es, Gitarre zu spielen und zu singen. Ich auch. Und tanzen und Keyboard spielen. Ich würde dich gern was spielen hören. Mach ich. Wieso auch nicht? Wir sind einen ganzen Tag zu früh. Wir haben jede Menge Zeit zum Abhängen. Bereit? Wir sind ein Tag zu früh. Auf uns. Ja. Auf uns. Ich bin Rafa. Der Mythos, die Legende. Aus dem Kostümkurs. Und ihr zwei? Wir sind im Performancekurs. Ich bin Brooklyn. Das ist Malibu. Und wir heißen beide Barbie. Fabelhaft. Zwei Barbies. Eine aus Malibu und eine aus Brooklyn. Das ist aber ein Zufall. Oder aber Schicksal. Kosmisches Schicksal. Ihr beide werdet sicher Broadway-Stars. Oh, wer ist das denn? Das ist Gato. Meine Muse. Gato? Etwa wie Spanisch für Katze? Du nennst deinen Hund Katze? Er scheint das cool zu finden. Wir zwei Hübschen lieben ausschließlich Designer-Label. Er ist wirklich bezaubernd. Apropos Designer-Label. Was ist das denn? Ein zerplatzter Traum. Schlecht für mich, gut für euch. Mein Dad sorgt sich einfach zu viel. Kenne ich. Meiner sorgt sich auch immer. Los, komm. Lass uns ein Selfie für unsere beiden Dads machen. Damit beide beruhigt sind. Oh, echt clever. Wow. Was ist? Hast du das gesehen? Da! Sie funkeln, wenn man sich dreht. Rafa hat es vielleicht doch geschafft. Rafa hat es vielleicht doch nicht. Vielen Dank.